Also es sind zwar in ganz großen Anführungsstrichen nur fünf Leute gestorben und zwei davon irgendwie, weil sie fett waren. Weißt du, das Einzige, was länger ist als diese Notizen, die ich hier für diese Woche habe, ist irgend so was Genitalmäßiges. Ich dachte, die kommende Haftstrafe für Trump. Naja, das ist vielleicht noch ein bisschen Wunschdenken, Tino. Who the fuck knows? Aber wenn du hier schon so einen Cold Opener machst und direkt in die Themen reingehst, ja, da kann ich für mich mal sagen, also die letzten Jahre Amerika Investment, die payoffen gerade so ein bisschen. Also das ist wie so eine Kartasis, weißt du, man verfolgt diese Scheiße die ganze Zeit und denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es ist noch nicht ganz klar, ob da jetzt wirklich harte Konsequenzen auf diverse Personen zukommen. Aber bis jetzt sieht es schon mal, ja gut aus, ist eigentlich falsch gesagt. Die Woche sah gar nicht gut aus. Und nicht nur diverse, auch männliche und weibliche Personen können Konsequenzen bekommen. Aber trotzdem, es ist wirklich so, man beschäftigt sich damit echt eine lange Zeit sehr intensiv und auf einmal, das ist wie so das große Staffelfinale erstmal, weißt du. So fühlt sich das an. Aber, wie habe ich dich genannt? Tino? Du bist Tino. Tino, ich bin Tino höchstpersönlich, denn du bist kein Geringerer als Räube Nostrabimus. Und Tino, Anrancher und wir sind zusammen, Brennpunkt Internet. Endstation Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenbahn. Liebe Leute, wir fassen für euch die wirklich wilde letzte Woche zusammen und ordnen sie für euch adäquat ein. Dafür sind wir da. Triggerwarnung an alle, die nicht gerne Penis hören oder keine Freunde von geschmacklosen Witzen sind. Wer ist das schon nicht? Also geschmacklose Witze, das sind ja wohl die besten. Dann schaltet ganz schnell ab. Vielen Dank fürs Reinhören und dann bis auf ein Immerwiedersehen. Die meisten haben die Corona und können drauf scheißen, auf Geschmäcker von Witzen. Ja, das ist gut. Ich habe gesehen, du hast dein Facebook-Profilbild verändert, Tino. Also, du willst der Verungl-Impfung entgegenspringen mit deinem Profilbild. Was soll ich sagen? Das Geld lockt einfach und wenn da Merkel und Bill Gates an der Tür klopfen und sagen, hier Tino, hier hast du eine halbe Million und wir fordern dich auf, dein Profilbild zu ändern mit Ich lass mich impfen, dann mache ich das natürlich sofort. Ich System-Hure. Info-Ra nachher, Alter, was geht? Das ist ja, also die halbe Welt wartet noch auf das Antifa-Geld von der Artikel-13-Demo und Du kassierst hier schon wieder die nächsten Zuschläge ab, oder was? Nein, es sind doch gerade kaum Demos. Was soll ich denn machen? Ja, ich wollte gerade sagen, sind das diese Kontakte, die du auch durch Tatort und so hast? Das ist alles eins. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist Tatort, das ist Merkel, Bill Gates, die Partei. Ich bin eine System-Hure und ich stehe dazu. Okay. Schön. Wer keine System-Hure ist, ist Donald J. Trump. Echt direkt? Direkt? Wir müssen, wir müssen. Ich weiß, sonst habe ich immer dieses Amerika-Ding nach hinten geschoben, aber ich meine, come on. Also hast du ein Thema, was größer war diese Woche? Oder dein Bild? Na, größer nicht, aber ich habe so ein paar Sachen wie zum Beispiel den Wendler oder Assange. Ja, 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 das sind alles gute Themen, Tino, aber komm. Die können wir gerne hinten dran stellen, ja, ist okay. Also. America first. America fucking first, Alter. Und wenn ich sonst schon hier den USA-Part immer hinten anschiebe, es gibt, glaube ich, erst mal keine bessere Woche, um das heute mal etwas anders zu gestalten und direkt mit Amerika zu beginnen. Du hast völlig recht. Ja. Was zur Hölle ist denn da passiert? Tino, das ist ja krank. Nee, es fing ja schon an damit, dass Trump in Georgia angerufen hat und verlangt hat, nochmal Stimmen nachzuzählen, beziehungsweise Stimmen zu finden. Das Stimmen zu finden für ihn. Ja, und zwar Leute, die finden wollen und nicht, die nicht finden wollen. Dieser Anruf, der ist gefühlt drei Monate her und der ist komplett schon wieder in Vergessenheit geraten, weil einfach das nächstgrößere Ding jetzt kam. Aber ja. Ja, aber daraufhin drohen jetzt FBI-Ermittlungen gegen den Donald und das kann echt eng werden für ihn. Ja, man hofft's, man hofft's. Also es ging um ein Telefonat, was er geführt hat. Ich weiß gerade ganz genau nicht. Ich glaube, der Gouverneur von Georgia. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Nicht direkt, glaube ich. Ich glaube, nicht direkt er. Auf jeden Fall ein Republikaner. Georgia hat doch, ich weiß es gerade nicht, Alter, ich kenne das auch nicht alles auswendig. Jetzt geht alle kacken. Auf jeden Fall gab es ein Telefonat und Trump meinte, ey, wir müssen Stimmen finden. Du solltest dich da mal investieren, diese Stimmen zu finden, du so kurz vor einer Wahl. Ja, sonst hat es für dich schlechte Konsequenzen. Wir brauchen irgendwie 10.523 Stimmen, sagt er eine sehr spezielle Zahl. Soweit ich weiß, hätte selbst die nicht gereicht. Und ja, also ziemlich offensichtlich ist es ein Wink, Wink, Wink. Find die mal, sonst geht's dir an den Kragen. Mach mal, dass ich gewinne. Womit will Trump denn noch drohen? Na ganz ehrlich. Naja, also nach wie vor hatte er noch 14 Tage die Macht. Ich hoffe nur noch auf dem Papier. Und wenn er jetzt wirklich sagen würde, ey, jetzt, ja, ich hab keinen Bock mehr, Kanada, Bombenangriff. Dass dann irgendein General dazwischen krätschen kann und sagt, nee, auch wenn du die Nuklearcodes noch hast, lass mal. Noch eine Woche oder zwei Wochen, das wird echt eng, wenn er jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Koller kriegt, wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und er dann aus Trotz auf diesen Knopf drauf drückt. Ich hoffe einfach, dass es nicht so einfach ist, dass da so ein großer roter Knopf bei ihm im Büro ist. Wo man so stolpern kann und so, huch, kein China mehr. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich fände es sehr bedenklich, aber ist möglich. Ich traue das den USA auf jeden Fall zu. Also in so verschiedensten Filmen wird dann so ein krasser Koffer vorbeigebracht, der erst fünf Schlösser aufgeschlossen kriegt. Dann wird das aufgeklappt, dann muss man einen Code da eingeben, dann öffnet sich eine Schachtel und da ist dann ein Knopf drin. Aber das ist auch irgendwie sinnlos, weil man muss ja auch ein Ziel eingeben. Ach so, ja, stimmt. Also, oder ist dieser Knopf einfach, ist das vorprogrammiert auf Zufallsauswahl oder so und dann wird Äthiopien plötzlich weggeschissen. Der sprengt automatisch alle Länder und Menschen weg, die gegen den Präsidenten sind. Oh, das sind ja fast alle mittlerweile. Das wird die Apokalypse für uns alle. Aber gut, ich fasse mal kurz das größte Großereignis der Woche zusammen, was auch dafür gesorgt hat, dass das allererste Mal seit Bestehen des Brennpunkts das Thumbnail und Titel feststand, bevor wir überhaupt aufgenommen haben. Großartig. Also, es begab sich wie folgt. Die Senatoren im Kongress bzw. im Kapitolgebäude haben sich getroffen und wollten, dass Electoral College, also die Votes, die Trump und Biden bekommen haben, 306 und 232, glaube ich, quasi formell beglaubigen. An sich war das schon durch, das Thema. Trump hat verloren, Biden hat gewonnen, wie das auch irgendwie schon 20 Mal durch war. Und das ist jetzt nur eine formelle Aktion noch gewesen, um das zu beglaubigen, sozusagen. Während dieses Prozesses stand aber Donald Trump ein paar Straßen weiter auf einer Bühne, hat eine Mega-Rallye abgehalten, also Make America Great Again und hat da diverse Sachen gesagt, wie zum Beispiel We march on Pennsylvania Avenue to the Capitol. Also, er hat wirklich gesagt hier, ich laufe mit euch, was übrigens Bullshit war, der ist da nicht mitgelaufen. Ich laufe mit euch, wir müssen da jetzt hin und die Republikaner, die gegen uns stimmen, überzeugen, so ungefähr. Giuliani, sein wundervoller Anwalt, von dem wir auch schon viel gehört haben, der ja zuletzt seinen größten Skandal hatte mit dem Borat-Film und dass sein scheiß schwarzes Zeug da an der Seite runtergelaufen ist. Wir haben schon viel über ihn geredet hier im Brennpunkt. Der hat gefordert, einen Trial by Combat. What the fuck? Du hast nicht, du hast nicht Game of Thrones geguckt, oder? Ähm, zwei Folgen, vielleicht zweieinhalb. Weil in Game of Thrones ist das auch so ein ganz großes Ding. Statt sich vor Gericht zu stellen, macht man einen Trial by Combat. Quasi schickt man sich selbst oder einen Vertreter in den Ring und dann wird bis auf den Tod gekämpft und wer gewinnt, der hat Recht. So. Ja, super. Und dazu ruft bei dieser Rallye sein fucking Anwalt auf, ja, America's Lawyer, der Mann für Recht und Ordnung sagt Trial by Combat. Es ist wirklich völlig lächerlich. Aber es ist Trumps Mann für Law and Order, das darf man nicht vergessen. Ja, gab es ja auch, ich glaube, darüber haben wir gar nicht berichtet, dass er so live bei so einer Anhörung gefurzt hat und die Frau neben ihm so ganz entsetzt so rüber guckt und dann aber, oh, ich darf mir nichts anmerken lassen. Egal, das war so das Jüngste noch, an was ich mich erinnern kann. Das wäre die Meldung der Woche gewesen. Das stimmt. Egal, auf jeden Fall ist daraufhin natürlich diese Menschenmenge losgestiefelt zum Kapitol und hat da einiges, einiges losgelöst. Also es hat irgendwie damit angefangen, dass die Wände hochgeklettert sind, obwohl da Stufen sind, was völlig absurd ist. Also das hat natürlich relativ hohe Mauern und Fassaden, aber da gibt es normale Stufen, die dorthin führen. Die sind trotzdem diese Mauern hochgeklettert. Dabei ist das erste Video, was viral gegangen ist, eine runtergefallen oder einer, ich bin mir nicht ganz sicher. Die wäre es gekacken. Und das waren schon ordentlich vier, fünf Meter auf so einen Absperrzaun drauf, Alter. Also fuck, Alter. Ach, die so rumgeheult hat, ja, diese Frau, die gefilmt worden ist. Kann sein, ja. Auf jeden Fall ein Bild für die Götter, wie die Amtsperiode von Trump anfängt mit, ich werde eine Mauer bauen und sie endet mit, seine eigenen Supporter klettern eine Mauer hoch, die sie nicht davon abhält, da reinzugehen. Aber obwohl nebenan Stufen sind und fallen dabei runter. Es ist wirklich großartig. Dann das nächste, es war eine dabei, die irgendwie Don't Tread On Me als Fahne oder als T-Shirt hatte. Also drittlich auf die Runde. Und die ist totgetreten worden. Die ist literally totgetrump held worden. Oh, weia. Es ist halt wirklich unfassbar. Insgesamt gibt es mittlerweile fünf Tote bei diesem ganzen Happening. Zwei davon an Herzversagen, was auch völlig absurd ist. Also da weißt du, was da irgendwie auch für Leute teilweise mitlaufen. Die einfach irgendwie 400 Pfund wiegen und dann auf den Stufen zum Kapitol einfach irgendwie den Arsch hoch machen, literally. Denk an deinen Blutdruck, Harald. Ja. Und dann haben sie es aber tatsächlich geschafft, in das Gebäude einzudringen. Vermeintlich auch durch Hilfe der Polizei. Also es gibt also ein paar Videos, wo die tatsächlich die Tür aufhalten mitunter. Und die Leute einfach reinlassen. Selfies mit denen machen. Und es ist ja wirklich, muss man so sagen, auch wenn da wahrscheinlich, ich sag jetzt ganz vorsichtig, ganz normale Leute mitgelaufen sind. Aber es ist ein terroristischer Akt gewesen. Ja, keine Frage. Die sind gegen demokratische Institutionen vorgegangen mit Gewalt, also um ein politisches Ziel hervorzurufen. Es ist eigentlich per Definition ein terroristischer Akt. Und wenn da jetzt Oma Gerda mitläuft oder nicht, ist das egal. Und es ist ja nicht nur Oma Gerda mitgelaufen. Es ist immer egal, wer da mitläuft. Wenn sie für einen gewissen Konsens auf die Straße gehen, ist es egal, ob es der rechtsradikale Herbert ist oder die sorgenmachende Gerda ist. Die gehen für die gleiche Sache auf die Straße und rufen Absaufen bei Pegida. Das ist für mich kein Unterschied. Kein großer zumindest. Ja, statt Absaufen wurde hier übrigens unter anderem gerufen, Hang Mike Pence. Also es wurde dazu aufgerufen, den Vizepräsidenten zu erhängen, weil der sich weigert, von einem Recht Gebrauch zu machen, was er so eigentlich gar nicht hat. Das ist völlig absurd. Also Trump hat gesagt, sein Vizepräsident, der ja immer ein ganz sauberer Mitläufer war, der soll dieses Ergebnis nicht anerkennen. Aber da hat er eigentlich gar nicht die Macht dazu in diesem Sinne. Das heißt, es ist völlig absurd, aber er soll dafür erhangen werden. Es sind auch Leute... Oder geht es um den Konsens? Es geht darum, dass er einfach nur äußert, ich nehme das Ergebnis nicht an. Dass er einfach nur sagt, Trump hat recht. Das hat er ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Also die waren ja schon irgendwie auf einer Wellenlänge, aber wenn er quasi Dinge tun soll, die er gar nicht machen kann, keine Befugnis für hat, dann wird es halt ein bisschen absurd. Ja, eh. So. Dann wird wieder Demokratie ausgehebelt. Und auch wie die aussahen, diese Stürmer, ja. In irgendwelchen komischen Fällen auf dem Kopf. Auf den wollte ich gerade. Das war Horns, ein bekannter Q-Anhänger, der da ganz prominent und viral gegangen ist. Also, auch weil hinterher die Schreie wieder groß wurden, das war die Antifa. Der hat sich hinterher aufgeregt, dass er als Antifa bezeichnet wurde. Richtig gut. Das war nicht Antifa, die hatten Make-America-Quade-Again-Kappen auf. Ja, da gab es Fotos, da gab es Menschen, die hatten Camp Auschwitz-T-Shirts an. Das waren keine Linksradikalen. Wahrscheinlich nicht, nee. Eher weniger. Es sind unter anderem noch Leute in voller Kampfhunktur drin gewesen, die dann Kabelbinder und sowas dabei hatten. Also wirklich, da war ein wilder Mix an Leuten. Eine Frau ist in den Nacken geschossen worden beim Versuch, in den Vorraum zur Senatorenkammer einzudringen. Also sie klettert quasi gerade durch die Tür. Da wird auf sie geschossen. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, letztendlich ist es auch egal, sie wurde im Nacken getroffen und ist dann dort auch gestorben. Ashley irgendwas, die wurde, das geht vom Hundertsten ins Tausendste, Tino. Es ist wirklich so hart, da kommen wir dann gleich vielleicht nochmal dazu, was das noch für Folgen hatte. Ihr Mord oder nicht Mord. Ein Totschlag eigentlich, oder? Ja, eigentlich auch nicht. Nee, ich glaube nicht, dass... Vorlässige Tötung. Vielleicht auch nicht. Vorlässige Tötung, wenn er rumschießt. Ja, ja, es ist ja eine Sicherheitsperson gewesen, die da arbeitet. Ach so, ich dachte, irgend so ein Riot-Typ oder ein Riot-Mensch. Nee, nee, die arbeitet ja. Ach so. Du musst dir das vorstellen. Die hatten halt wirklich, später wurden auch noch Pipebombs und sowas, also Rohrbomben entdeckt und Molotow-Cocktails und alles Mögliche. Das hatten die mitunter dabei. Stell dir mal vor, was wäre passiert, hätten die es wirklich geschafft, in die Kammer einzudringen, was sie ja geschafft haben. Aber während noch die Senatoren da waren, die hätten bestimmt nicht irgendwie mit dem Kaffee getrunken oder so. Aber ich sag dir, wie es ist, wenn sie das Recht brechen und die Cops auch sicher gerufen haben, verschwindet, sonst schießen wir auf euch. Und die machen einfach weiter und es löst sich halt ein Schuss und es trifft eine Person tödlich. Dann ist es auch ein bisschen, ich will nicht sagen mit Recht, aber das kann man sich doch denken, wenn der Bullen auf dich zielen. Dass irgendwann auch ein Schuss gelöst wird. Ja, sie war wohl irgendwie 14 Jahre Veteranin oder so. Sie hätte vielleicht auch eine Gefahr erkennen können. Ich habe in der Oase das ja auch ein bisschen diskutiert und ich mache für mich einen kleinen Unterschied da, wenn ein Trump oder vielleicht auch Fox News oder One America News Network, wie sie alle heißen, wenn die mit Absicht Propaganda oder Falschinformationen verteilen, sehe ich da auf jeden Fall eine größere Schuld als bei den Leuten, die das aufnehmen und einfach für sich so als Fakt akzeptieren, weißt du? Ja. So, deswegen finde ich es ein bisschen bedauernswert auch, weil da sehr viele Leute einfach fehlgeleitet und propagandablind reingerannt sind und dachten, sie sind jetzt die großen Helden. Also die waren ja wirklich davon überzeugt, weißt du? Während andere mit Absicht wissen, okay, ich sage jetzt das nur, um die zu manipulieren. Na, es gibt ja auch fleißige Hörer, die mir ja auch öfter mal so Sachen schicken und da gab es einen Tweet, der mir zugeschickt worden ist von einer Trump-Supporterin, die sagte, selbst wenn Trump verlieren würde bei der Wahl, was er nicht tut, dann werden die Wähler einfach das akzeptieren und arbeiten gehen. Ja. Wenn aber Trump gewinnt, wird es passieren, dass die Linksradikalen auf die Straßen gehen und Riots ausüben und es kam genau umgekehrt. Ja. Das sind halt Sachen, über die ich mich immer nicht freue, aber wo ich dann sage, aha. So ein bisschen hämisch bist du dann, ja. Ja, so viel Wert kann euer Wort nicht sein. Ja. Zumal wurden ja auch die Leute 2016 hart verspottet, so Get Over It mäßig. So Hillary hat verloren, Get Over It. Und in beiden Fällen haben ja auch die demokratischen Kandidaten viel mehr Stimmen an sich, also den Popular Vote haben sie ja gewonnen. Und vor allem in Bidens Fall, nicht nur in beiden Fällen. Naja, auf jeden Fall sind die Leute eingedrungen in die tatsächliche Senatorenkammer, die auch so ein, ne, das ist so ein, das ist ja, wir hatten es ja ähnlich bei uns, ne. Nur bei uns wurde es mehr aufgehalten, beim Bundestag. Im Bundestag, ja, die drei ganzen Polizisten, die da standen. Ja, hier war es halt ein bisschen anders. Den Sinn schicken sollen, den Sinn fliegen sollen, spontan. Ja, letztendlich sind sie da eingedrungen, waren auch im Büro zum Beispiel von Nancy Pelosi, der Sprecherin, die hatten wir auch schon ein paar Mal als Thema. Da waren noch, die sind so schnell geflüchtet, die Senatoren auch direkt in Gasmasken eingehüllt und so, weil sie ja nicht wussten, was genau passiert jetzt. Sind über unterirdische Kanäle geflüchtet und während die in das Büro eindringen, diese, diese Leute, sind da noch alle, alle Laptops offen, alle Screens sind, sind ungedingst, also die sind da wirklich super schnell einfach rausgerannt scheinbar. Und, ähm, es ist ein Foto viral gegangen von einem Typen, der mittlerweile auch vom FBI verhaftet wurde, der da sich an ihren Schreibtisch gesetzt hat, Füße hoch und in die Kamera grinst und das natürlich dann auch schön veröffentlicht hat, damit das FBI es leichter hat, ihn zu finden. Äh, wie kann, weiß nicht, wie kann das denn so einfach sein, da einzubrechen und da einzudringen und Sachen zu klauen? Das ist unfassbar, ne? Und solche Fotos zu machen? Und beide Seiten, beide Seiten sagen das halt gerade, nur dass, die, die Trump-Supporter sagen halt, entweder das war Ford's Flag oder das war, das war mit Absicht, um uns schlecht aussehen zu lassen, die, die, die andere. Ach, wie denn Ford's Flag, das sind doch Menschen auch, die, die man kennt bereits, ja, aus, aus vergangenen Demonstrationen, aus Fernsehshows, auch irgendwelche Musiker und, und, äh, Frontmänner von irgendwelchen Bands, die da mitgemacht haben bei den Riots, wo jetzt viele Fans in den Rücken zu kehren, wo man schon länger weiß, dass das Trump-Supporter sind, die machen auch keine Ford's-Flag-Aktion für die andere Seite. Es ist einfach, einfach Unfug. Das ist halt jedes Mal, das ist, Alter, es ist halt kognitive Dissonanz, das tut weh, das musst du dir zurechtbiegen, damit das wieder irgendwie passt. Es ist wirklich ganz, ganz dumm. Also das Einzige... Da kommen mir Bilder in den Kopf, so von vor, weiß nicht, vor sechs Jahren, als Obama mit einer Jeanshose aufgetreten ist, was das für ein Skandal war. Ja. Ja, wie gesagt, äh, dieses Georgia-Telefonat-Ding ist schon wieder vergessen, das ist halt wirklich eine valide Strategie, du machst einfach irgendwas Krasses und das ist dann sofort vergessen, wenn du das nächste Krasse machst, was dann noch eine Stufe drüber ist. Und dann gab es doch die Meldung, dass irgendwie Trump nicht an Bidens Amtsentführung teilnehmen will. Ja. Und hat sich nach Schottland absetzen wollen für die Zeit, also Urlaub machen, keine Ahnung. Golfen. Und Schottland haben ihm dann die Einreise verweigert, schon im Voraus. Sie haben gesagt, dass er keine extra Behandlung bekommt und die haben halt gerade Einreiseverbot. Ich weiß gar nicht, ob es wegen dieser mutierten Corona-Art ist oder einfach generell. Ich glaube schon, ja. Ich meine, Schottland ist ja quasi England. Zumindest auf derselben Insel. Egal. Ein Laptop wurde da übrigens auch geklaut aus dem Büro. Der ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist so gefährlich. Alter, was weiß ich, was da für Staatsgeheimnisse eventuell drauf sind. Es ist wirklich unfassbar. Weißt du, die wollen Assange am liebsten hinrichten, aber dann sowas, ich weiß nicht, ich finde das ganz gefährlich. Ja. Das Einzige, was mich wirklich hart zum Lachen gebracht hat an der ganzen Situation, war ein Bild, ein ähnliches virales Bild von einem Typen, der meinte, es ist clever, sich selbst da zu veröffentlichen, wie er das Rednerpult von Nancy Pelosi wegträgt. Das hast du vielleicht gesehen. Ja, hab ich gesehen. Es ist wirklich großartig. Also in einem Vakuum betrachtet ist das einfach super, super witzig. Und wenn ich irgendwie bei sowas reinraiden würde, ich würde mir auf jeden Fall auch sowas als Andenken mitnehmen. Das ist super gut, ja. Aber unter dem ganzen Aspekt, dass die da mit fucking Kabelbinder rein sind, um irgendwie Geiseln zu nehmen oder so, mit Bomben, mit Molotow-Cocktails. Dann gab es noch eine Szene, die ich gesehen habe, wo so ein einzelner Security von so einem Mob irgendwie immer weiter zurückgedrängt wurde. Es ist wirklich unfassbar gewesen. Und dieser Moment, wo die eine in den Nacken geschossen wurde, das war irgendwie so ein, das war so surreal, weil die sind alle vorgedrungen, also mit dem Wissen, wir machen jetzt was Richtiges, weißt du? Und in diesem Moment, wo dieser Schuss fällt, hören sie kurz auf, da weiter vorzudringen, an dieser Tür rumzumachen. Das war wie so, als würden zwei Realitäten miteinander so kollidieren, weißt du? Als würden sie mit diesem Schuss wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Aber ganz kurz nur. Ganz kurz nur, ja. Naja. Ich dachte auch so öfter daran, was ist, wenn es die Gegenseite wäre, ja was, wenn Linksradikale da einbrechen würden. Oder noch schlimmer, Ausländer, oder Alter, wenn das, wenn das Moslems gewesen wären, ja? Oh, war ja, ja. Da wäre eine Bombe auf das Kapitol geschmissen worden, einfach nur damit Ruhe ist, Alter. Ja. Oh Mann, ey. Und ich meine, solche, solche Riots, ja, die hatten ja in der Geschichte auch schon, schon Sinn, ja? Wenn ich an die Christopher Street Day, ähm, Christopher Street damals denke, die es ja vor 60 Jahren oder so gegeben hat. Ja, das waren ja Proteste, die mit Recht stattgefunden haben, da wurden Menschen unterdrückt und da gab es wirklich, ähm, auch Grund irgendwie für Riots. Aber das jetzt so unbegründete Wahlfälschungen vorzuwerfen, das ist für mich kein Grund. Ja, das meine ich halt, aus deren Perspektive ist es halt völlig rechtens, weißt du? Ja, wenn du in dieser Bubble drin bist und auch da immer wieder bestätigt wirst und deinem großen Führer, Donald Trump, jedes Wort glaubst, dann bist du halt davon überzeugt, die sagen ja auch, die, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, voll selbstlos, ich opfere mein Leben auch für diese Sache, ja? Weil die so überzeugt davon sind. Also es ist aus deren Perspektive das gleiche wie das, was du jetzt meinst, nur halt, dass die leider sehr, sehr viel geleitet sind. Und das ist das Tragische. Aber ich glaube halt nicht, dass man in 30 Jahren sagen wird, gut, dass das stattgefunden hat. Nee, natürlich nicht. So konnten sich die Menschen befreien. Natürlich nicht. Aber ich sage, gut, dass es stattgefunden hat, weil ich glaube, das ist jetzt so eine krasse Zäsur für, für diesen ganzen Trump-Kult. Ich glaube, die republikanische Partei wird sich jetzt so hart spalten, einmal die harten Supporter und einmal die, die zurück wollen zu, weiß ich nicht, Bush oder so. Obwohl jetzt Bush ja auch nicht der geilste war. Naja, aber nicht ganz so dämlich wie Trump. Also man dachte schon, Bush ist ja der dämlichste, aber das hat Trump mit weiten Übersprungen. Das ist ja die Gefahr, dass der nächste Trump vielleicht irgendwie ein cleverer Typ ist. Das kann natürlich auch passieren. Deswegen muss eigentlich jetzt alles dran gesetzt werden, dass das nicht mehr vorkommt. Und das ist ja eigentlich möglich, denn, was völlig auch schon wieder vergessen ist, das Ganze hat ja angefangen, weil die Demokraten den Senat gewonnen haben. Es gab ja die Georgia-Nachwahl, die haben wir auch letztes Mal gesprochen. Und beide Plätze, die da offen waren, gingen an Demokraten ziemlich knapp schon wieder. Was ich echt krass finde, dass so 50.000 Stimmen da irgendwie über so viele Menschen entscheiden. Boah, ich habe gerade einen Schluck auf, richtig geil. Und deswegen ging ja das alles los. Und das wollte ich auch noch kurz ansprechen, dass die Leute, die republikanischen Leute, die da angetreten sind gegen die Demokraten, die haben in ihren Werbespots, und eins davon hatten wir, glaube ich, schon besprochen, dass der eine von seinem Gegner die Nase länger gemacht hat, weil der ein Jude war. Ja, hatten wir das hier? Ach Gott. Hatten wir vielleicht schon noch nicht besprochen. Nee, das wüsste ich. Weil das ist eine Weile länger her, aber jetzt vor zwei Wochen oder Anfang dieser Woche, also kurz, kurz. Ach doch, ich erinnere mich, doch, diese Nasengeschichte, die ist aber schon ewig her. Die ist lange her, ja, aber das war derselbe Typ, der jetzt verloren hat. Und die andere, die Löffler, über die haben wir hier auch schon geredet, relativ am Anfang von der Corona-Pandemie, als sie nämlich Insider-Informationen benutzt hat, um mit dem Stock-Market Geld zu verdienen, weil sie wusste, wie krass die Economy crashen wird, wenn das einmal in Amerika richtig losgeht, weil ihr das in so einem internen Briefing alles genau erklärt wurde. Und sie hat die Information für sich gehalten, behalten und halt aufgrund dessen ihre Aktien verkauft und neue gekauft, die dann halt für sich steigen. Und diese Person hat in ihrem letzten Werbespot gegen ihren demokratischen Kontrahenten, der schwarz ist, die Hautfarbe künstlich schwärzer machen lassen, beziehungsweise vielleicht war sie es nicht persönlich, aber ihre Kampagne. Und das Witzige ist, dass es halt extra zwei Versionen von dieser Werbung gab. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, da ist halt ein komischer Filter über die Werbung gelegt aus Versehen. Nein, es gab exakt diese gleiche Werbung erst mit ihm normal und dann nochmal mit dunklerer Haut. Es ist völlig absurd. Aber haben die echt gehofft, dass sie durch diese Verdunklung der Hautfarbe dafür sorgen, dass sie weniger Menschen wählen? Ja, unterbewusst kann das ja passieren. Ist das Rassismus? Nein. Nein, gar nicht. Die war ja auch mit ehemaligen Ku-Klux-Klan-Leuten auf Tournee. Also das ist schon eine ganz, ganz finstere. Gut, dass sie ihren Sitz nicht gewonnen hat. Ich sag's, wie es ist. Ja, Mann. Und es gab noch die Meldung, dass der Irak Haftbefehl gegen Trump eingereicht hat. Ach, die rappen jetzt. Der Iran schickt jetzt den Diss-Track. Irak. Irak? Irak. Ja, wegen dieser Tötung von dem, ein General, der in Bagdad, von dem Jahr, glaube ich, war das. Ja, genau. Gott, Alter. Ja, okay, das war aber der Iran mit Soleimani, meinst du? Echt? Ja. Soleimani war ein ... Dann hab ich's mir falsch aufgeschrieben. Irak, Irak ... Ach, Mensch, Tino, Irak ist doch Schnee von vorgestern. Die haben wir doch schon ausgebeutet. Das ist doch alles ... Da ist doch kein Tropfen Öl mehr zu holen. Das ist doch sowas von vorletztes Jahrzehnt, ey. Nun gut. Na, ich und Geografie. Ich will nix sagen. Ja. Nee, ist ja okay. Aber ich frage mich, wie die das machen wollen. Wollen die jetzt irgendwie Leute hinschicken in die USA, wenn Trump abgewählt ist und keine Security mehr hat? Und dann werden irgendwelche iranischen Menschen ihn entführen und einsperren oder wird die USA ihn ausliefern an den Iran? Das wäre auch witzig. Ich weiß es nicht. Also die ganze Sache wird noch viele Folgen haben. Und das sag ich ja, das ist jetzt so Stein des Anstoßes gewesen, dass es einmal so eine Explosion gibt. Und ich hab hier, ich hab hier am Brennpunkt gesagt, es wird noch einen richtigen Knall geben, bevor der aus dem Amt geht. Ich hab zwar gesagt, das wird letztes Jahr noch passieren, hab mich ein paar Tage im Jahr vertan. Dann tut mir leid, aber das war's. Und vielleicht kommt ja sogar noch mehr. Es kann auch sein, dass beim Inauguration Day, also wenn Biden ins Amt eintritt, der Amtseintritt, Amtseintrittstag, dass da noch ein richtiger Knaller passiert. Ein paar andere Daten floaten auch so 16.17.18.19.20. So, der 20. ist dieser Tag dann. In diesem Raum hab ich schon ganz viel gelesen, dass da weitere solche Demonstrationen und Aufruhe passieren sollen. Also ich glaube, diese Woche wird nochmal richtig spannend dann. Ja, wir können nur hoffen, dass die diesmal besser vorbereitet sind, die Polizisten. Und einfach Absperrungen machen und mit mehr Geschütz da stehen, dass die Trump-Rioter da nicht weitermachen wollen. Ja, also wirklich völlig wild. Die krasseste aus unserer Sicht und aus Trumps Sicht Folge aber ist, er wurde von fucking Social Media verbannt, Alter. Facebook, Twitter, alle haben seine Kanäle gelöscht. Ja, ich glaube, Facebook sogar einen Tag früher, Twitter, Permabann. Ich glaube noch nicht so ganz dran, dass er wirklich nie wieder freigeschaltet wird. Ich hab das Gefühl, da könnte in den nächsten zwei Wochen vielleicht doch nochmal was passieren. Mal gucken. Ich glaube, Zuckerberg hat sogar gesagt, also mindestens bis zur Amtseinführung von Biden will er ihn gesperrt lassen. Und der Grund ist, weil sie alle befürchten und das nicht zu Unrecht, dass er weitere Gewalt anstachelt. Und das ist natürlich wieder ein zweischneidiges Schwert. Wir applaudieren jetzt hier, aber keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, wenn jetzt Martin Sonneborn trollt oder so und deswegen gesperrt wird, Also es ist halt, es ist ein Präzedenzfall, der irgendwie nicht so geil ist, muss ich sagen. Man muss unterscheiden zwischen Satirikern und zwischen Leuten wie Trump, die halt tatsächlich zu Gewalt aufrufen und aufgerufen haben. Ja, ich will nur darauf hinaus, also es ist ja halt schon auch lange kein Einzelfall mehr. Ich glaube, Steve Bannon wurde gedingst, gesperrt, genauso wie die Sidney Powell, die da über diesen, diesen Kraken releasen wollte, dieses krasse, krassen Lawsuit. Die witzigerweise wird jetzt zurückverklagt auf 1,3 Milliarden Euro, Dollar, sorry. Das ist alles völlig absurd. Das hat mir richtig genug Ton gegeben, weil das war so eine, die, die mein Kumpel, mit dem ich so Aluhut-Gespräche hatte, immer angeführt hat. Ja, die, die wird bald die Beweise auf den Tisch donnern gegen diese Dominion, die diese Voting-Systeme da haben und jetzt wird sie halt zurückverklagt auf so eine krasse Summe, wo du dir sicher sein kannst, dass die sich sicher sind, dass die das auch gewinnen werden. Also nicht, nicht das Geld an sich, das kriegen sie nicht aus ihr raus, aber den, den Lawsuit quasi. Das können sie lange abstottern, glaube ich, ein paar Jahrhunderte. Es ist so großartig, es ist wirklich so gut, Mann. Aber ja. Ich würde heute mal die viralen Alliierten vergeben an Twitter und Facebook. Ja, sehr gut. Es gab auch einen Satiriker, der die Gunst der Stunde genutzt hat und sich einen neuen Account gemacht hat. Ich glaube, irgendwie John Barron hat er sich genannt. Einfach ein Bild von Trump mit einem schlechten Schnurrbart. Ja. Hast du gesehen? Das war so das Viralste, was ich zu dem Thema auf Twitter gesehen habe. War richtig witzig. Und dann, ey, ich bin neu auf Twitter, was ist hier so los? Ja, richtig gut. Aber ja, ey. Ist ein Klassiker. Ist ein absoluter Klassiker. Völlig, völlig wild. Er hat dann auch versucht, also Trump hat versucht, es gibt ja verschiedene Accounts, es gibt noch den POTOS-Accounts, also President of the United States. Genau. Und den hat er dann auch verwendet. Der wurde halt instant auch geblockt, beziehungsweise alles gelöscht von ihm. Das ist hart. Das ist so witzig. Ich stelle mir so vor, wie er so zu Hause sitzt. Okay, nehme ich jetzt von meiner Frau den Twitter-Account, um irgendwas zu sagen. Ich glaube wirklich, dass das die allergrößte Strafe für ihn ist, nicht mit seinem scheiß Twitter-Account zu jedem Kack seinen Senf zu geben, Alter. Der wird vielleicht über die Republikaner-Facebook-Twitter-Seite vielleicht eine Telegram-Gruppe oder Kanal aufmachen. Alter, ja, der tut sich jetzt mit einem Wendler zusammen. Das wäre krass. Oh Gott, ey. Es ist wirklich krass. Also es sind zwar in ganz großen Anführungsstrichen nur fünf Leute gestorben und zwei davon irgendwie, weil sie fett waren. Aber es ist trotzdem echt krasses Event. Ich kann, also wenn man irgendwie so sagt, okay, es ist ja nichts passiert so und war ja eigentlich ganz entspannt. Es gab ja keine großen Auseinandersetzungen. Dann kann ich auf ein paar Videos verweisen, wo unter anderem irgendwie Polizisten in Türen eingesperrt wurden und übelst um Hilfe geschrien haben und so. Und einfach der Gedanke, was wäre gewesen, wäre dieser Mob erfolgreich zu den Senatoren durchgedrungen? Ja. Ja, gut. Ja, wir haben es doch wieder so, weißt du. Also ich kann es nicht oft genug hervorholen, aber wenn Linke demonstrieren, wird halt sofort mit allem draufgeschossen, was geht und in die Hackfresse so. Wo waren die Wasserwerfer? Wenn rechte, ja, zum Beispiel im Pepperspray und so. Und bei solchen Sachen gelangen die sogar, also die erreichen ihre Ziele. Das verstehe ich halt nicht, warum das so unterschieden wird. Ja. Völlig absurd, Alter. Völlig absurd. Eine Sache, worauf ich vorhin hinaus wollte, die Frau, die in den Nacken geschossen wurde, wurde dann direkt von der rechten Seite zum Mega-Martyr gekürt. Weil sie ist ja für die gute Sache gestorben. Und einer hat das unter anderem gemacht, der sich Gutex nennt. Gutex wiederum ist das Gesicht von Pockchamp. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, das ist eins der ältesten, also Kappa kennst du, ne? Dieses Kappa. Ja, ja, ja. Durch dich. Sehr gut. Und Pockchamp ist, glaube ich, so das zweitälteste Emote, was es gibt. Das ist so ein weit aufgerissenes Gesicht, was so, oh, what the fuck, so mäßig. Hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Bestimmt, aber ich hab's grad nicht vor Augen. Das wurde von Twitch gebannt, weil dieser Typ gesagt hat, ey, die Maga-Martyrerin wird dir jetzt endlich gerecht. Gibt's jetzt wenigstens ordentlich Aufruhr deswegen, oder was los? So, deswegen wurde sein Gesicht quasi jetzt von Twitch entfernt. Oh, weia. Ei, 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 also wirklich wilde Zeit. Da war letzte Woche noch eine Zwei, Alter. Diese Woche geht's direkt in die Vollen. Das war die Ruhe vor dem Sturm. Ja, ich denke auch. Es war ja noch nicht mal alles. Es war ja nur die USA, was da grad passiert ist. Wir haben auch noch Sachen, die hier passiert sind, oder in anderen Ländern. Ja, du hast ja gesagt, ne? Also wir haben beide gesagt, der gute Trump, der macht jetzt statt Twitter, macht er jetzt Telegram-Gruppe mit dem Wendler. Ja, was hat der denn schon wieder gerissen? Ja, der ist immer noch bei DSDS quasi in der Jury, also zumindest zu sehen in den Fernsehshows, weil er, das haben die ja vor einem Jahr oder so aufgezeichnet. Ach so, krass, okay. Und sie halten ihn sehr kurz, hab ich mir sagen lassen, aber er ist noch zu sehen. Und er muss jetzt vor ein paar Tagen einen KZ-Vergleich gezogen haben. Ah, stimmt. Es ist ja wie im KZ hier, wir dürfen nur noch 50 Kilometer irgendwie von zu Hause weg. Und daraufhin hat RTL gesagt, dass sie ihn jetzt komplett rausschneiden wollen nach dieser Holocaust-Verharmlosung. Und es könnten jetzt sogar auch strafrechtliche Verfolgungen auf ihn warten, wegen Volksverhetzung. Volksverhetzung, das ist ja wie im Holocaust. Ja, genau. Und dann muss er wohl noch getwittert, nee, gedingst haben, getelegrammt haben. Nein, das war nicht so gemein. Ich meinte nicht Konzentrationslager, ich meinte Konzentrationszentrum oder so, keine Ahnung. Also was ganz anderes. Ich hab's vergessen, was es war. Was ist das, Krankheitszentrum oder irgendwie sowas? Krisenzentrum war es. Krisenzentrum. Ach so, also was hat er gesagt? Weil da gab's ja auch diese Diskussion. Es ist ja wie im KZ. Das hat er wirklich so gesagt, ja? Ja. Okay. Ich kann's nochmal raussuchen, aber ich dächt, das war sogar genau in diesem Wort laut. Hm. Wie in einem KZ. Wendler, KZ, das. Dass ich das mal googeln werde, Wendler und KZ. Das Ding ist, also da wurde ja dann auch gleich, das hab ich ja mitbekommen so, dass da gesagt wurde, ey, jetzt reiß es mal nicht zu sehr aus dem Kontext, er hat halt Krisenzentrum, KZ abgekürzt. Äh, das Ding ist. Was ist denn Krisenzentrum für ein Wort, mal ganz ehrlich? Was ist denn das für ein Wort? Erstens das und zweitens, selbst wenn es so wäre, ist ihm ja wohl bewusst, welche Assoziation das bei seinen Leuten auslöst. Dass die dann nicht an Krisenzentrum denken. Selbst wenn er es so gemeint hat. Ich hab's jetzt hier vor mir, er schrieb's nicht ganz so, er schrieb, ähm, KZ Deutschland, Fragezeichen. Okay. Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde. Also ist es im Kontext schon ein ganz klarer KZ-Vergleich. Schon, ja. Krisenzentrum, mal ganz ehrlich. Das ist ja wirklich billig. Das ist billig. Äh, ja. Also so wie du's jetzt vorgelesen hast, geh ich da mit. Danke. Muss man, muss man nicht weiter vorharmlosen, dass der Wendler ja nur, so, kritisch. Okay. Dann haben wir noch ein Statement von wegen, ich bin kein Nazi, kein Holocaust-Leugner, ich bin kein Corona-Leugner, das stimmt alles gar nicht. Ich meinte Krisenzentrum und bin halt gegen die Maßnahmen. Das ist so. Was auch schon dumm ist, aber. Dass man überhaupt über diesen Spacku redet, ey. Der hat halt mittlerweile über 130.000 Follower bei Telegram. Der hat doch zwischendrin schon mal gesagt, er gibt jetzt auf oder er hat keinen Bock mehr oder so. Warum, warum macht er das denn immer noch? Ja, weil er kein, kein Geld generieren kann. Also Hildmann macht's ja ganz schlau. Er verkauft ja sein, sein veganen Zeug so an seine Follower und sagt, ja, bevor es zum nächsten Lockdown kommt, den nächsten Mal zu essen habt, kauft meine veganen Produkte. Ihr könnt euch eindecken damit. Aber Wendler hat ja nix. Also ich weiß nicht, was der anbieten will. Seine Musik. Das will ja keiner hören. Es ist so lächerlich, ey. Ich gucke hier gerade beim Wendler rein. Der schreibt ja auch fast nichts selber sonst. Der leitet immer nur irgendeine Scheiße weiter von anderen. Das machen aber viele. Das macht, glaube ich, der Naidu auch. Ja, toll. Tolle Leute. Der macht eine Werbung für so kleine Bands, die Songs über ihn schreiben. Hier, Alter, schon wieder Giuliani. Die Zeit für Harmonie ist vorbei, leitet der Wendler weiter. Schade. Schade, schade. Es ist wild. Es ist fucking wild, Tino. Aber weil du gerade gesagt hast, du gehst da mit mit dem Vergleich. Wer nicht mitgeht, ist Assange. Der geht nicht nach USA. Ich gehe mit dem KZ-Vergleich nicht mit, nein. Nein, du gehst, genau, hast du gerade noch gesagt. Ich dachte, das ist eine super Überleitung für Assange. Denn der geht nicht mit in die USA. Er wird nicht ausgeliefert von Großbritannien. Was eine gute Nachricht ist. Ja. Weil ihm harte Strafen drohen. Ja, das ist so ein bisschen sehr absurd. Also an sich wird man ihn ja schon ausliefern. Aber die Gefängnisse da in den Vereinigten Staaten, die sind so gefährlich, das können wir nicht guten Gewissens machen. Also das ist schon echt absurd. Ich meine, das ist schön für ihn. Ich hoffe, das bleibt so. Wenn Trump irgendwas Sinnvolles noch machen wollen würde, könnte er den mal begnadigen, statt die ganzen Kindsmörder und Vergewaltiger-Leute, die er da begnadigt hat. Aber nein. Ja, naja, das ist nur die offizielle Begründung, würde ich sagen. Also sie wissen ja schon, dass Assange nicht nur Gefängnis bekommen wird wahrscheinlich. Wenn nicht noch Schlimmeres. Und wenn er überhaupt sicher ankommt in den Gefängnissen. Wenn er nicht irgendwie hoch irgendwie umgelegt wird von irgendeinem Verrückten in Anführungsstrichen, was dann auch nur inszeniert ist. Also ich glaube, sie befürchten, dass er einfach abgeknallt, abgemurkst wird in den USA. Warte mal, war da nicht Mexiko oder so? Hat ihm doch Asyl angeboten, war das nicht so? Ich glaube, Mexiko war es. Ja, nicht nur Mexiko, es gab noch andere, glaube ich. Da dachte ich so, also schöne Geste, aber wenn ich wüsste, okay, Ziegelgraben 6, da brennt's Haus, da würde ich nicht in Ziegelgraben 5 einziehen. Ja, ja. Aber ja, na gut. Also ich sehe Assange auch sehr kritisch in vielen Punkten. Er hat auch Sachen so geleakt, die nicht sinnvoll waren, die Menschen in Gefahr gebracht haben, unschuldige Menschen. Aber prinzipiell soll er für sowas nicht ins Gefängnis kommen, finde ich. Ja. Nicht notwendigerweise. Ja, also kann man halt drüber streiten. Die Strafe, die einfach in Amerika auf ihn wartet, ist einfach viel zu krass. Der kann ja ruhig partieren. Genau, das meine ich. Der hat ja jetzt auch mehrere Jahre, vielleicht sogar in schlimmeren Verhältnissen, als in manchem Gefängnis gelebt, von daher. Ja. Aber ich muss es auch noch mal revidieren. Also ich finde schon, dass er zur Rechenschaft gezogen werden sollte für Sachen, wenn Menschen geschadet worden sind, die nichts dafür können. Ja. Aber für so Aufdeckung von Militärgeheimnissen, das meine ich. Dafür sollte er halt keine Strafen bekommen. Ja. Wir hatten es doch eigentlich erst mal irgendwie, dass es, ich weiß es schon wieder nicht, war das in Deutschland, dass es eigentlich so einen Schutz gibt für Leute, wenn das Allgemeingut über dem liegt, was du an Schaden machst, dann, ich glaube, in Deutschland gab es das. Ich habe es schon wieder vergessen. Scheiße, Mann. Ich habe das mal mit Herodes besprochen, weißt du wie? Wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt Hitler tötest, das ist natürlich ein Mord, aber die wird verziehen, weil, weißt du, das Allgemeingut besser dasteht, so ungefähr. Ich glaube, das gibt es wirklich, ja. Ja, also in Deutschland gibt es, ich weiß nicht, wie es in Amerika war. Egal. Was in Amerika auch gerade ist, ist der reichste Mann der Welt. Oh, das ist keine Neuerung, aber der Name des reichsten Mannen der Welt, das ist eine Neuerung. Hast du das mitbekommen? Warum? Nee. Echt? Hast du das nicht mitbekommen? Mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht. Gab es die Wedding Bells? Nee, es hat niemand geheiratet. Also Jeff Bezos ist es nicht mehr. Fällt dir ein Name ein, der es jetzt sein könnte? Bill Gates? Nee, der spendet zu viel. Und gibt uns zu viel Geld für Impfungen und Windows 95. Ich kenne mich da nicht so aus mit reichen Menschen. Elon Musk ist es. Ach, der. Ja, und da muss ich sagen, dass als ich das gelesen habe, hat mich das echt ein bisschen überrascht, weil ich bin ja jetzt auch nicht so drin. Ist jetzt nicht so, dass ich auf der Billionaires Watch immer die ganze Zeit gucke, ah, okay, wie sind die Kurse. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Aber ich wusste ja, dass Jeff Bezos sein Vermögen krass vermehrfacht hat. Okay, vermehrfacht ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber innerhalb von 2020 irgendwie auch fast verdoppelt hat. Da gab es ja irgendwie diese, was war es, drei Tage, wo er irgendwie 30 Milliarden quasi an Net Worth dazu bekommen hat. Also Jeff Bezos. Und deswegen dachte ich so, okay, der ist gerade sehr viel weiter vorne. Aber stellt sich raus, in 2020 hat Elon Musk seinen Net Worth verdoppelt. Und besonders in den letzten zwei Monaten ging es halt richtig steil. Unter anderem wegen der Tesla-Aktie. Und ja, also ich will jetzt hier Herodes nicht zu sehr mobben, weißt du, weil Elon Musk ist ja so ein bisschen der Trump von Herodes. Vielleicht mobben wir ihn doch einfach ein bisschen. Der kann ja sich gerade nicht wehren. Aber ich werde das einfach, egal welcher Name da steht, ich werde es einfach weiterhin widerlich finden und pervers, solange irgendwie Millionen, Milliarden Menschen nichts haben, irgendwie am Stock gehen und auf ein Zahnfleisch kriechen und einfach verhungern, werde ich das abartig finden, dass Leute so ein Vermögen haben. Egal wie sie daran sind. Du Kommunist, Alter. Das hat mit Kommunismus gar nichts zu tun. Ich finde das einfach widerlich. Ich freue mich, wenn Menschen immer reicher werden. Ich freue mich da auch. Also reiche Menschen. So lupenreine Leute und ja, der Elon, haha, der macht immer lustige Memes und haha, haha, Reddit hypt den ja auch so, aber auch da, Alter, der hat auch genug Dreck am Stecken. Ja, Ende April gibt es null Fälle von Corona. Er macht seine Fabrik weiter, trotz Verbot und lässt die Arbeiter da rein, Alter. Das ist alles dumm. Hat übelst rumgeraged wegen Leuten, die in ihre Twitter, in ihre Twitter-Bios, ihre Pronomen reinschreiben. Eine Sache, die mir selber jetzt auch nicht unbedingt zusagt, sag ich mal, ja. Aber das ist mir doch scheißegal. Scheißegal, auf jeden Fall. Und da hat er richtig rumgeraged. Hat auch gegen das Covid-Testing geraged. Und dieses Ganze, das hatten wir, glaube ich, auch letztes Jahr irgendwie, ne, war das letztes Jahr mit dieser verschütteten, thailändischen Kinderfußballmannschaft, Alter, diese ganze Odyssee, wo er da mit seinem U-Boot rein wollte. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe halt einfach dieses Personenkult-Ding nicht, aber Applaus, dafür, denke ich mal. Für noch mehr Geld, ja. Schön. Nun gut, speaking of Milliardäre, Tino, Jack Ma, sagt dir der was? Äh, nee. Aber ich würde ihn gerne kennenlernen. Pass auf, da könnte es schwierig werden. Der ist nämlich verschwunden. Ach, toll. Witzigerweise auch so überleitungsmäßig, Grüße an das Spielwasser von Jules. Ähm, der hatte so ein ganz awkward Gespräch mit Elon Musk. Das ist ziemlich witzig, weil, ähm, der mit diesem ganzen künstliche Intelligenz-Ding und so nicht so ganz klar kommt. Und, äh, das kann ich empfehlen. Jack Ma und Elon Musk, awkward irgendwas, werdet ihr schon finden. Auf jeden Fall, Jack Ma war ein Billionär aus China und der hat sich negativ geäußert gegenüber der chinesischen Regierung, ist daraufhin erst aus seiner eigenen Reality-TV-Show rausgeflogen. Ich weiß nicht, wie das dann abläuft, ob die dann einfach weitermachen ohne ihn. So, huch, äh, hier ist jetzt Jack Doss. Echt ein Kutscher. Echt ein Kutscher, ja. Echt ein Kutscher, äh, das war Rassistus. Nein, äh, er ist jetzt einfach komplett von der Bildfläche verschwunden, Bildfläche verschwunden, genauso wie andere Milliardäre in China. Der macht Urlaub jetzt bestimmt. Wahrscheinlich. Der macht jetzt richtig schön Wellness in so einem Umerziehungscamp in, äh, Xinjiang, wo die Uiguren... In einem Krisenzentrum, meinst du? Genau, in einem Krisenzentrum macht der jetzt schön Umerziehungsurlaub und sagt dann, China ist toll, China ist toll. Äh, also es gibt nichts Genaues. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie zu viel in, in Conspiracy abdriften, aber er ist halt einfach verschwunden. Ein fucking Milliardär, also da sollte man sich irgendwie denken, okay, vielleicht ist der ja so ein bisschen sicher, aber nein. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ich hätte gedacht, dass sie ihm so einen Deal anbieten, gib uns irgendwie eine halbe Milliarde oder eine Milliarde und wir vergessen das Ganze. Dafür können wir uns ein neues Lager für die Uiguren bauen, aber das einfach verschwindet. Oder er war einfach sehr, sehr zäh und dachte, ja, ähm, ihr kriegt kein Geld von mir, ich bin gegen, gegen das Land China oder gegen eure Politik und ist dann halt haupts genommen worden. Kann ja sein. Oder er macht nur Urlaub auf dem Mars. Wer auf jeden Fall in China keinen Urlaub macht, ist Joshua Wong, den will ich wenigstens noch mal kurz ansprechen, weil Hongkong haben wir jetzt eine Weile nicht beschäftigt, ähm, beschäftigt, uns mitbesprochen. Genau das ist das Wort. Danke, Tino. Gerne. Joshua Wong ist ja so ein bisschen die, die, die chinesische Greta, wenn man so will. Also er ist so das Gesicht des Widerstands von Hongkong. Ja, stimmt. Ja. Und, ähm, tatsächlich sind 52 von 55 Aktivisten freigelassen worden aus Hongkong, er aber nicht und dem, dem drohen sehr, sehr viele Jahre Gefängnis. und die Anklage ist, weil er bei einer illegalen Vorwahl mitgemacht hat. Sprich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt hier organisieren würden, wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir, es ist halt auch, ne, in Hongkong ist auch noch mal was anderes, aber wenn wir jetzt Kasperle-Theater machen würden und wir machen jetzt, ha, 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 komm, wir machen, wir tun jetzt mal Bürgermeisterwahl für Weimar und wir schreiben da Tino hin und sammeln ganz viele Unterschriften. Zack, 10 Jahre Gefängnis. So ungefähr. Ja, mit Recht. Also Hongkong weiterhin nicht befreit. Wir hoffen, da passiert noch was. Ich hab halt noch meine Demos nicht mehr, oder? Wegen scheiß Corona hab ich mein Hongkong-Video noch nicht fertig. Und ich sage dir, wenn das rauskommt, das ist ein wichtiger Schritt in die Befreiung Hongkongs. Ich denke auch. Mach doch eine Winter Edition. Mach doch noch ein paar Aufnahmen im Schnee. Ja, nee, das ist alles scheiße, Tino. Ich weiß nicht. Der Schnee, der Schnee zieht sich runter. Ich sag Schnee, nee. Wer auch nee zu Schnee sagen wollen würde, wäre Spanien. Oh, das stimmt. In Madrid schneit's. Meinst du das? Oder ist da noch mehr los? Ja, es schneit sehr doll sogar und es sind minus 35 Grad. Was? Wurde mir zugetragen von einer, also uns zugetragen auf einer, ähm, einem Parkplatz. Hm? Da kam eine alte Dame auf uns zu und sagte, dass, ähm, in Madrid minus 35 Grad werden. Ja, von meiner Freundin. Dockst du etwa hier gerade unsere, unsere, unsere Informationsquellen. Alte Damen auf dem Rastplatz. Ja, alte Dame auf dem Rastplatz in unserer Brennpunkt, ähm, RedakteurInnen. Meine Freundin wurde angesprochen heute auf dem Parkplatz und von einer alten Dame und die sagte, dass es in Spanien sehr kalt ist und, ähm, das haben wir nicht glauben können, aber tatsächlich. Das hat sie in der Bild gelesen. Das hat sie in der Bild gelesen und es war eine gute Quelle und, ähm, das haben wir nachrecherchiert und es stimmt tatsächlich, es sind minus 35 Grad in Spanien. In Spanien. Ja, weil es sonst warm ist. Das war doch, also das ist doch nicht durchgehend so. Weiß ich nicht, aber selbst dieser Tiefpunkt ist doch krass. Hier, warte. Solche Bilder gab es in Spanien seit 50 Jahren. Ein inoffizieller nationaler Temperaturrekord minus 34 Grad. Das ist ja echt krass. Oder 34 Grad. Also ich hab dann, ja, 34 Komma bla. Aber, also ich hab das mitbekommen, dass es da schneit, aber dass es da so kalt ist. What the fuck? Ist da der Golfstrom irgendwie mit einem Backflip aus dem Atlantik raus oder was ist da passiert? Die können sich, die können sich warm anziehen, die Spanier. Durchaus. Das ist ja krass, Mann. Stell dir mal vor, ich hätte dieses Jahr wieder einen Flug gebucht nach Barcelona, um da irgendwie Skateurlaub zu machen. Und dann, zack, Schnee. Wäre doof gewesen, ne? Holy shit. Oh, jetzt werden die ganzen Spasten, oh fuck, sorry, Spackos. Also, hallo? Die kommen jetzt wieder an und sagen, Klimawandel gibt's nicht, weil's in Spanien kalt ist. Das kann sein. Aber dann müssen diese ganzen Leute, die hier in den Winterurlaub gefahren sind, nicht weiter, wo war dieses Skigebiet, wo sie alle hinwollten? Die können sich jetzt alle nach Spanien verpissen. Ist doch geil. Ja, stimmt eigentlich, wenn die keine Doktor haben. Doch, haben sie bestimmt. Winterberg war doch das Thema in Deutschland diese Woche. Dann hätten sie aber am heutigen Samstag losfahren sollen, denn man darf ja ab morgen nicht mehr wegfahren. 50 Kilometer die Stunde. Ab einer Inzidenz von 200, die wir in Weimar übrigens mittlerweile wieder erreicht haben. Fuck off, Alter. Was auch nur freiwillig ist, glaube ich, in Thüringen. Ich glaube, dass es hieß, dass die Städte es erlassen dürfen, aber nicht müssen. Ich sehe gerade Live-News, Alter. Hashtag AfD Twitter-Band Now ist am Trenden. Oh, das wäre toll. Ja, das meine ich halt, Tino. Also das, ja, ich verstehe das, dass du das toll findest, aber das ist dann halt irgendwie schon wieder der nächste Step. So, als nächstes. Ja, nicht, nicht, weil es die AfD ist, sondern einfach nur, weil sie Fake-News verbreiten. Also, selbst wenn es irgendwelche linken Gruppen gäbe, die irgendwelche Sachen erfinden, was es ja auch schon gab, nicht in der Häufigkeit, aber das gab es ja auch schon, wenn die gesperrt werden, weil sie nachweislich Fake-News verbreiten, fände ich es voll in Ordnung, die zu sperren. Ja, aber dann, der Post wird dann immer weiter zurückgeschoben. Also, ich, ich finde es kritisch. Ich bin eigentlich, ich bin dagegen. Also, ich finde das eigentlich eine ganz gute Lösung, wenn Twitter da so diese Fact-Check-Meldungen drunter setzt und sowas. Ja. Aber direkt alles bannen, finde ich echt kritisch, muss ich sagen. Ja, ja klar, es ist schwierig zu sagen. Man kann ja auch der Meinung sein, dass Schnee blau ist, zum Beispiel von mir aus. Das ist ja eigentlich noch kein Bannwert. Aber wenn es darum geht, irgendwelche Menschen, Menschengruppen zu vorunklimpfen oder Stimmung zu machen, dass Menschen wieder vor den Reichstag gehen und da auch reinmarschieren wollen, dann wird es halt gefährlich. Und ich glaube, dass die AfD solche Brandstifter sind. Da gehe ich ja mit, tatsächlich. Geistige Brandstifter. Fake News verbreiten, finde ich, ist nicht unbedingt Grund für Bann. Aber wenn man natürlich Leute anstachelt und irgendwie auffordert, irgendeinen gewaltsamen Protest oder sowas zu machen, also das ist natürlich kritisch. Ja. Ja, mal gucken, wie sich das mit Trump noch entwickelt. Ich will einfach nicht diese Präzedenzfälle setzen, wo man dann sagt, okay, ja hier, das war das und das. Und diese, weißt du, die Richtlinien werden dann immer enger geschnallt und am Ende, ich hätte das Internet gerne so frei wie möglich. Aber ich verstehe das natürlich, dass man nicht irgendwie diesen Pool an Extremisten da einfach ihren Scheiß machen lassen kann. Apple hat ja jetzt irgendwie auch Parler runtergenommen beziehungsweise haben gesagt, du hast vier, also die App war so ein bisschen Twitter komplett unzensiert und die haben gesagt, ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit, um euren Content zu moderieren, was halt fucking impossible ist. Ansonsten nehmen wir euch runter und aktuell ist sie aus dem App Store auf jeden Fall nicht mehr zu erreichen. Also wild, Alter, fucking wild. Und noch eine ganz kurze AfD-Meldung, die ich recht witzig fand. Die Partei, die sich häufig aufregt darüber, dass Gender-Debatten unnötig sind, beschweren sich derzeit darüber, dass Wetter- und Sturmtief-Namen jetzt Migrationshintergrund haben. Okay. Aber es passt doch, die kommen doch auch ins Land, die Sturmtiefs. Das stimmt wohl. Wenn die jetzt Ralf heißen, ist doch völlig unrealistisch. Man kann die doch irgendwie kaufen, einfach oder nicht, diese Namen. Genau wie bei Sternen. Das wäre spannend. War das nicht so? Kirill hieß doch Kirill, weil irgendeine Tochter ihrem Vater irgendwie einen Gefallen tun wollte oder so. Zum Geburtstag schenke ich dir diesen Sturm. Toller gefallen. Nee, aber Sterne, also Sterne kaufen, das geht nicht wirklich. Also du kannst halt nur den Namen an der Datenbank kaufen. Das heißt, auch du und ich könnten jetzt eine Datenbank aufmachen und sagen, wir nennen die Sterne dann nach dem Namen, die ihr haben wollt. Okay. Das ist aber nicht offiziell, nicht dringenderweise. Na gut. Ich hab hier noch was Positives zum Abschluss. Ich wollte wenigstens was Schönes hier nochmal reintroppen. Es ist jetzt eine Zehnjahresstudie veröffentlicht worden, die besagt, gewalthaltige Computerspiele machen nicht aggressiver. Wow. Ja, das ist jetzt nicht so neu. Ja, aber guck doch mal jetzt. Wir haben jetzt irgendwie seit 20 Jahren diese Scheißdiskussion. Spätestens seit Robert Steinhäuser ist sie sowas von entflammt. Und jetzt, ja, gibt's nochmal schwarz auf weiß, haltet euren Maul. Wir haben es zwar mittlerweile ohne euch geschafft, ohne eure Studien, so ein bisschen diese Diskussion zu beenden, aber jetzt hier nochmal schwarz auf weiß, Zehnjahresstudie ist doch schön. Ja, weil ja auch die Menschen inzwischen auch jetzt Erwachsene sind, die damals schon gezockt haben. Ja. Das kommt noch dazu. Ich hatte noch zwei kurze Meldungen, die ich gerne rausgeben würde. Gib mal. Einen kleinen Downer. Ich mach mich gerade dafür stark, dass eine Sache viral geht. Das hatten wir auch in der Telegram-Gruppe schon besprochen. Die Staffel Gefährliche Ausländer in Baden-Württemberg mit einem sehr tendenziellen Namen, eben Gefährliche Ausländer, finde ich uncool. Und das hat auch der Herr Sonneborn geteilt und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen bekannter wird, was jetzt in der Telegram-Gruppe jetzt nicht so gesehen worden ist von ein paar Leuten. spannenderweise. Ja, also ich verstehe in dem Punkt erstmal nicht, warum man das, wurde das nicht irgendwie offiziell geändert? Wir hatten das auch vor ein paar Monaten, dass jetzt Ausländern nicht mehr gesagt wird, sondern halt irgendwie, du hast es doch, Mann. Du hast es gesagt. Aber der Stab heißt aber noch Gefährliche Ausländer. Ja, genau. Genau, und deswegen verstehe ich nicht, dass der überhaupt noch so heißt. So, das ist der erste Punkt. So, das zweite ist, also da gab es schon ein bisschen Gegenwind, so. Es ging ja darum, warum sollte man hart kriminelle Leute nicht abschieben? So ungefähr. Ne? Was für mich ja eine klare Diskussion ist. Also, ich will es nicht ausführen, aber ich finde, Menschen abschieben prinzipiell keine gute Idee. Ja, also da Da kann sie ja bestrafen. Da ging es ja dann um das Beispiel der Resozialisierung. Genau. Und, ähm, ja, also gut, das ist jetzt ein Fass, wenn wir das jetzt noch aufmachen, kurz. Ne, 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 nur als kurze Meldung, dass ich halt diese, dass ich das gerne, ähm, viral machen möchte, dass dieser Stab so heißt, weil ich finde das unfassbar. Du willst die also diese alle mit Corona anstecken. Genau. Mhm. Und eine, eine letzten, ein, ein uplifting News oder etwas Schönes, der vegane Januar, Robin. Der vegane Januar? Ja, den veganen Januar. Genau, und alle machen gerade mit. Machst du auch mit? Ich, okay, ich merke meine Konzentration, neigt sich dem Ende, weil ich wollte gerade nachfragen, was es ist, aber ich kann mir dann doch denken, was es ist. Ähm, ich glaube, bis jetzt habe ich da nicht mitgemacht, nein. Aber ich habe so überlegt, das ist wirklich der Einzige, das Einzige, was ich da so esse, ist wohl mein, mein Gouda, den ich halt auf mein Essen mache. Ansonsten habe ich da gerade nicht, ja, hm, ja, ich habe auch einen Joghurt gegessen diesen Monat schon. Hättest du mir ein bisschen früher sagen müssen, Tino. Ja, ich bekomme es halt jeden Tag gerade zu sehen auf Twitter und Facebook meiner kleinen veganen Bubble und Instagram, dass gerade ganz viele Menschen mitmachen. Sogar Till Lindemann ernährt sich gerade vegan, im Januar zumindest. Und ganz viele große Firmen. Verzichtet man auf Menschenfleisch, ja. Vermutlich und Kinderfleisch. Und ich vermute, dass gerade ganz viele Firmen da mitfahren. Kann auch nur werbedingend sein, dass sie cool sein wollen, aber ich finde es prinzipiell geil, dass viele große Firmen da mitmachen und Rabatte anbieten für vegane Produkte. Ich verstehe das schon und ich kenne auch das, finde das auch eigentlich dumm, dieses Virtue Signaling, sagt man. Also wenn man irgendwie was macht, nur um zu signalisieren, guck mal, wie toll ich bin. Aber das ist, finde ich, immer noch besser, als nichts zu tun. Ja. Ich finde es auch ganz cool, dass Nivea irgendwelche regenbogenfarbenen Tuben rausbringt. Klar, es bringt überhaupt nichts, es ist irgendwie, es hilft keinem. Es ist halt ein Marketing-Gag, das muss man halt irgendwie so durchschauen. Wenn man irgendwie plötzlich Nivea kauft, nur weil die Packung bunt ist, finde ich das halt völlig dumm, aber trotzdem finde ich den Move an sich besser als nichts. Ist halt ein Statement letztendlich, was ich auch cool finde. Ja. Ist auch ein Risiko letztendlich, ja, stell dir vor, irgendwelche Bernd Höckes cremen sich jeden Morgen mit Nivea ein und müssen dann so einen Regenbogenrand erkennen an ihrer Tube. Das ist schon witzig. Ai, 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 das ist wirklich ein großes Risiko. Ja. Ich sehe die Gesellschaft in Gefahr. Herr Newstime sollte berichten. Die Höckes überschlagen sich. Ich meine ja, für die Firmen ist es ein Risiko. Und für Bernd Höcke auch. Obwohl, ich muss sagen, mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so risikobehaftet. Also, weißt du, ich will jetzt nicht schon wieder in Bernie Bro Mode gehen, aber der hat halt vor 30, 40 Jahren schon gesagt, hier, warum sollte dann ein schwuler aus dem Militär ausgeschlossen werden? Weißt du, und da war es auf jeden Fall noch nicht Mode, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen ganz vorsichtig. Da war es mutiger, ja, ich weiß. Mutiger statt modiger. Ja. Deswegen. Was geben wir der Woche, Robin? Was geben wir der Woche? Also, ich bin bei einer 9. Ja, auf jeden Fall. Also, 9, es ist noch keine 10, aber es ist nah dran. Weil ich habe das Gefühl, es ist Potenzial, also wenn wirklich ein krasses Bomben, was wir auch überhaupt nicht besprochen haben, Grund um Weihnachten gab es auch noch einen Bombenanschlag in Amerika. Das haben wir überhaupt nicht besprochen, weil einfach so viel los war. Das ist unfassbar. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Es ist halt keiner dabei gestorben, deswegen war es nicht so groß, aber es war super creepy. Also, da gibt es so Videos. Das war halt, es war an sich auch ein terroristischer Akt, um ein Statement zu setzen, soweit ich weiß, aber es ist halt keiner gestorben, weil der Van, in dem die Bombe war, hat vorher Durchsagen gemacht. Achtung, Achtung, gehen sie weg, halten sie Abstand und so weiter und es ist halt super creepy. Also, wenn du dieses Video siehst, super uncomfortable. Was ist denn das von dummer Terrorismus? Ganz ehrlich, wer warnt denn seine Opfer von einer Bombe? Achtung, liebe Senatoren, verlassen Sie das Kapitol. Wir gehen gleich rein, machen Fotoshooting, Shitposting und klauen Podiumsständer. Stell dir mal vor, vor den 9-11-Anschlägen, hätten die durchgesagt, wir wollen nachher noch in die Twin Towers Heute nur mit Fallschirm auf Arbeit. Nee, wer jetzt noch aussteigen aus dem Flugzeug, hat jetzt die Chance, ansonsten fliegen wir gleich los in die Twin Towers. Macht doch keiner. Also, ich finde es gut, dass keiner zu Schaden kam bei dem Anschlag jetzt, aber es ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, hat seinen Beruf verfehlt. Ja. Gut, dann sind wir uns bei der 9 einig. Ja, 9. Weil Christchurch hatten wir dann bei 9,5 eingeordnet, das war ja auch erst 9, dann haben wir es hinterher nochmal geändert und ich finde, vom Gefühl passt das ganz gut. Christchurch hatte vielleicht ein bisschen weniger Auswirkungen als dieses Event jetzt, aber ganz ehrlich, da waren wir zu wenig Tote, zwei davon ein Herzversagen, was ist denn das? Und nur ein Polizist dabei gestorben. Was? Das lohnt sich nicht für eine 10. Also da müsst ihr früher aufstehen. Leider, zum Glück. Mehr Kabelbinder bitte. Okay. Nein, wir sind froh über jeden, der nicht stirbt. Das stimmt. Das heißt, wir sind jeden Tag über 7 Milliarden Menschen froh. Ist das geil. So ist es. Cool. Na dann, war das? Das war Folge 97. Ja, wir nähern uns mit schnellen Schritten der Folge 100. Ja. Ein Schritt pro Woche, müsste man fast sagen. Und, ja, wir freuen uns. Wir hören uns auf, wir haben lustige Sachen uns überlebt. Ja, ich glaube auch, die 100. Folge, die wird ganz besonders. Oh, ganz besonders ist auch der Soundtrack gerade im Hintergrund. Ja, es wird immer lauter. Wir müssen, glaube ich, langsam hier raus aus dem Studio. Ja. Oh, meine Ohren. Fuck. Tschüss, Leute. Bye, bye, bis nächste Woche. Peace. 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 Bis zum nächsten Mal.